Herzlich Willkommen, liebe Kindergartenkinder, liebe Eltern und liebe Erzieher. Wir möchten euch heute einladen zum Vorschulclubtheater, zum singenden Vorschulclubtheater. Die Vorschulkinder haben im Moment Thema Theater. Sie haben ganz viele Sachen gemacht und heute seht ihr ein Sockentheater. Die Kinder haben die Socken selber gebastelt und jetzt möchte ich sie euch mal vorstellen. Herzlich Willkommen, Ada. Herzlich Willkommen, Flora. Ich heiße Bella. Herzlich Willkommen, Adrian. Ich heiße Guggenüse. Herzlich Willkommen, Hakan. Danke. Und Herzlich Willkommen, Kai. Michaels Bruder. Herzlich Willkommen, Lise. Bella. Und zum Schluss Herzlich Willkommen, Lauri. Ein Applaus für alle Darsteller. Ein Applaus für alle Darsteller. Mein noch, mein noch. So, wir haben heute Hilfe. Die Dame an der Technik ist die Brigitte. Die Mama ist der Wett der Paprika. So, aber unsere Socken können Sie sich so vorstellen. Sie können auch tun. So, aber unsere Socken können Sie sich so vorstellen. Die zwei, die drei können Sie sich so vorstellen. Dieена. Applaus Applaus Das kleine Krokodil Ich spiele Ich kann Ah, schnapp Schnappi, 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 schnappi Schnee, schnapp, schnappi, 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 sch Schnappi, 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 Schnapp Schnappi, 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 schnapp Jetzt gibt die Fans nach vorne, die Bessama, den Bruno Lindenberg, den Michael Jackson und nochmal den Michael Jackson. Michael Jackson kommt.